So, dann muss ich uns das von auszeiten. Ich muss vielleicht, dass es auch für Konsone gibt. Ja, es gibt auf PS3 auch schon. Boah, wie tut sich das an? Leute, wer tut sich das an? Ja, Entwickler. Mehr Geld. Mein Bruder. Ich meine nicht die Entwickler, ich meine die Spieler. Mein Bruder tut sich sowas an. Vielleicht tut sich das auf Konsone an, also bitte. Weißt du was? Es gibt jetzt ein Bug von Xbox. Du hast bei den Dodo Stimulant rein und der Dodo scheiß, scheiß, scheiß. Scheiß, 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 scheiß. Das ist wo die Konsole anpackt. Hörst du dir auch mal selber zu? Ja. Du redest nur scheiße. Das hat Ihnen einer gesagt, das geht bei den Konsonen. Aber das Gute ist, wenn es auf Konsole rauskommt, hast du nicht so harte Voraussetzungen für Grafikkarte und so, als wie auf dem PC beispielsweise. Wahrscheinlich, ja. Ja gut, das ist... Was witziger wäre ist, obwohl das wäre richtig asozial eigentlich, wenn Konsolenspieler mit Computerspieler zusammenspielen könnten. Das geht nicht, glaube ich. Nein, das geht nicht, aber das wäre voll assi. Warum wäre das asozial? Weil du mit dem Controller besser zielen und spielen kannst, als mit der Maus. Was? Nee, kannst du nicht. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Ich kann schneller zielen mit meiner Maus, doppelt so schneller. Und der Maus muss mit dem Controller zielen. Warte, 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 warte. Wir haben hier, also wir haben hier doch einen Xbox-Spieler, oder? Läu, warum ist es jetzt hier unten? Blacky, stopp! Keine Metall rein, es ist schon voll. Läu, wir haben das ganze Ding vollgeknallt. What the fuck? Mein Bruder, wenn ich teilweise zuschaue bei der Xbox, der muss eine Taste drücken, dann muss er erstmal das auswählen und dann muss er wieder zurückklicken und dann muss er da drücken und dann kann er es erst nutzen und so weiter. Bei uns ist es ein Tastenklick fertig. Genauso ist es mit dem Pfeifen und so weiter. Der muss haufenweise Kombinationen drücken, um sein Tier zu pfeifen. Blacky, was denkst du denn dort, wo der Ankülo steht, eine Brücke, dass wir eine Verbindung haben? Oh ne, wir haben doch da vorne schon eine Verbindung. Ich habe keinen Bock jetzt auf 100 Millionen tausend Brücken. Marco, du willst ja heute Beschäftigung haben, hast du gesagt, ne? Ne, ich brauche heute doch Nachtschicht und brauche keine Beschäftigung. Hallo Sarah. Ach, schade. Hättest du schwarze und weiße Farbe für mich präften können? Kannst du das nicht? Ja, schon. Ich muss doch noch mehr Arbeit. Ich muss noch einen ganzen Stock bei mir einziehen. Du fauler Sack, du! Ich bin immer faul, ja. Ich immer fleißig. Du anfass, denn ich immer fleißig. Ey, wie ist das? Ich bin nicht faul. Ich bin nur, ähm, arbeitsmäßig, ne, keine Ahnung. Ach, da gab es mal so einen Spruch. Scheiße. Und erstmal Dark, danke für deinen Follow. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mein Follow-Alert momentan am Arsch. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich muss das nochmal neu machen. Braucht dich nachher nochmal bezüglich... Wenn es sein muss. Ja, muss sein. Was brauchst du denn? Ja, nee, das machen wir nachher. Unter vier Augen. Ja, nee, das machen wir jetzt. Sarah, bist du immer noch bei den Codemassern? Ich war immer noch nicht im Server. Mein Arsch ist immer noch nicht. Das kommt wieder... Nee, immer noch nicht. Jetzt kommt wieder Kino. Was geht immer noch nicht darauf? Arsch. Ah? Wieso? Weiß ich nicht. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, im Server liegt das wahrscheinlich nicht, oder? Nee, an sich. Das ganze Spiel geht nicht. Ähm, aber Dark, wie gesagt, erstmal nochmal Dankeschön für den Follow. Wenn dir das gefällt, was du hier siehst, beziehungsweise auch an dich, Ultimate Warrior. YouTube-Kanal besteht auch. Einfach mal runterscrollen, Abo dalassen. Kommt immer Let's Plays, auch von Ark. Und, ja, könnt auch gerne mal euer Statement dalassen. Freue ich mich sehr drüber. Und genauso bitte, ähm, an unseren Partner, YouTube-Partner, die Barco-Community. Die würden sich auch super darüber freuen. Ah, ja. Ne, lieber Flo? Ja, passt schon. Ja, ja, wenn es sein muss. Ja komm, du kennst mich. Also. Dann machen wir demnächst mal, äh, ein Tutorial, wie man die Fundamente, äh, tiefer setzt auf Profi. Aber, pass auf. Ja, können wir machen. Aber, ähm, man muss ja sagen, schade, dass die Vanessa nicht hier ist. Weil sonst hätte ich jetzt was gesagt. Na? Wenn die Vanessa jetzt hier, hätte ich gesagt, bitte der Barco-Community auch ein Abo dalassen, weil, like, geil, das ist unser Lifestyle. Alles klar, Blecky. Alter, Blecky, du würdest nicht mehr leben. Pass auf, pass auf. Auch wenn es, auch wenn es keiner zugibt, ja. Aber, jeder, der Twitch oder YouTube macht, ist irgendwo immer like geil. Äh, like geil. Na, was heißt like geil? Also, ich persönlich würde, ich freue mich einfach darüber. Ja, ich auch. Ich würde auch nicht, also, ja, man kann es, man kann, nein, 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 warte, warte. Man kann like geil zweideutig verstehen. Ähm, man kann es verstehen, wie, äh, hier, KS-Freak und so ein Scheiß das immer machen, ja. Oder ApoRed und so ein Mist. Aber man kann es auch so verstehen, wie du gerade sagtest. Genauso meint es mich auch. Von wegen, ähm, ich freue mich über jeden Follower. Wenn einer mich nicht folgen will, ja, pff, dann ist es halt so, kann ich auch mitleben. Aber, ich freue mich über jeden, der sagt, ey, Mamba, deine Scheiße gefällt mir. Deine Scheiße gefällt mir. Deine Scheiße gefällt mir. Ja, deine Scheiße gefällt mir. Nimm zumindest die Scheiße in den Mund. Boah, ih. Das war jetzt ekelig. Boah, das erinnert mich immer an so ein ekelhaftes Video. Äh, was früher mal in der Schule rumging. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Ich sag nur Two Girls. Nein, komm, Mamba! Was für ein Ding? Erzähl mal, kenn ich nicht. Two Girls, One Cup? Kennst das nicht? Sag jetzt nix, ne? Ja, dann google mal nach. Ne, ich will, dass du mir das jetzt erzählst. Nein. Nein. Äh, nein, äh, weil im Stream kann ich sowas nicht erzählen, weil die Videos auf YouTube kommen. Ja, dann verdienst du alle Follower. Okay, okay. Okay, okay, warte. Ich muss mich mal ganz kurz muten im Stream. Sorry. Alsoฆ Ich weiß mir cardiac ja nicht. Okay, gute Servi provogie bis zum nächsten Mal her, das Berlin Nummern. Nie ist denn eben hier übrig benutzen? Yes, wie moment derrikt war? Ich minde recht für die Nähe eines Ba Asians im Kevin Jahr. Ich hege den auch nicht. Und zwar wieder sieht man irgendwie offen, wohl. Warum hat sie ja nach Ab ребенchen, ebenso dare ich jetzt bowle, dass Sie die Vorher sind nicht auch immer, seine Leute auch wissen. Und zwar weiter. Ja, danke. Pass mal kurz das mit Kredito Entmuten und jetzt geht es weiter. Aber ich glaube, ich muss kotzen. Was ist das? Ich komme gerade nicht auf den Server. Aha, recht gehabt. Cool, der Server-Admin kommt nicht auf den Server. Wisst ihr, was das heißt? Nicht so gut. Nee, das ist nicht gut, weil dann wird der Server wahrscheinlich gleich neu gestartet oder so und dann kommen wir alle wieder nicht drauf. Und dann kommt wieder eine neue Map und dann müssen wir schon wieder von neu anfangen. Ja, aber diesmal nehmen wir einen Bigger Red Note mit. Nein, nein, nicht diese Piraten-Map. Nein, nicht Piraten. Ach, wisst ihr was? Ich mache eine eigene Map. Bestehend aus einer kleinen Insel, wo wir alle zusammen Gruppenkusseln machen. Äh, du, so eine Karte gibt es bei. Alles, was da steht, ist ein Bett. Nee, äh. So eine Map gibt es aber. So eine Map gibt es aber. Okay. Äh, da ist wirklich nur eine einzige Insel, um die Gemeinschaft und so zu fördern, weißt du? Na lau. Weißt du, was ich mache? Ich habe voll die Idee, Jungs. Ihr habt voll den coolen Platz für eure Base. Marco, ich ziehe zu euch. Nee. Und ich muss mir erst noch angucken, was Eil und Nikon praktiziert haben. Nee, nee, du kommst in den Admin Tribe. Du kommst gefälligst in den Admin Tribe. Wieso in den Admin Tribe? Nein, zu dir Verräter gehe ich nicht. Ohohohoho. Was? Nein, damit meinte ich nie das Herz. Ohohoho. Ich schwöre dir, wärst du bei uns, würdest du den besten Platz überhaupt. Okay, ein Joke, hören wir fast gar nichts. Das ist richtig für mich leise. Nee. Ja, ich... Sorry, ich schreie so sehr, wenn du es nicht hören. Ich habe mich mal ein bisschen über die Karte erkundigt. Ich weiß jetzt auch, warum du sagst, dass du den geilsten Platz hast. Jetzt weiß er es. Ach, da gibt es so ein Erdloch, weißt du, da kannst du dann reingehen. Da hast du so etwas wie eine zweite Welt unten mit Dinos und bla. Ach so, ja. Er hat sich das komplett abgesperrt. Ja. Ja. Oh, wie scheiße ist das denn? Da kann man sich die andere kümmern. Eigentlich ist es, eigentlich ist es eine Dungeon-Höhle, zweite Welt. Das ist kein Dungeon, das ist kein Dungeon. Ja, aber trotzdem spawnen. Das ist die zweite Arc-Welt, das ist unten drunter, da gehst du durch so einen Eingang und dann bist du sozusagen auf einer zweiten Welt. Jetzt nennst du mir bitte die Regel, die das verbietet, dass ich das da unten einnehme. Viele Regeln. Viele Regeln. Viele Regeln, ja auch damit. Das verbietet. Welche, welche... Viele Regeln, darum, dass ich da drinnen spawnen Tiere, paar Leute, wie das angucken, wenn wir YouTube machen. Ja, und? Können wir ja. Ich mach die Tore gerne auf. Ich mach sie auch dazu. Pass auf, das Ding ist, da muss ich jetzt mal auf Flo's Seite stehen. Theoretisch ist es nicht verboten, wenn es nach der Server-Regeln geht, und es heißt ja... Richtig, und es heißt ja auch, es heißt ja auch, sowas, ja, ich weiß ganz genau, dass wenn ich sag, du, ich will ein Video machen, dass der Flo mich da reinlässt, ja, oder sagt, ja, kein Ding, hier, bitteschön. So, so, was anderes finde ich... Ich spiele das auf Deutsch, das Spiel, und ich sehe es auch so. Ja, was anderes finde ich, was anderes finde ich, ist, wenn eine Heike und ein Nitro hinkommen und sagen, wir wollen die Höhle zubauen. Da sag ich, äh, 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 das ist ein Dungeon, meine Lieben. Und weil er hat mir das sogar gesagt, hatte... Ja. Wieso habt ihr denn jetzt sicher noch dazu bauen? Ja doch, Moment, ja, Moment, 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 es... Die bauen ja da, aber daneben ist eine Dungeon-Höhle, und die darf nicht zugebaut werden, weil da sind, ähm, Obelisken-Spawns drin, also hier für die, für die Obelisken, die Dinger, die Artefakte, und, 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 das ist eine Dungeon-Höhle, die darf nicht zugebaut werden, und das machen selber nicht. Ja, früher. Ja, auf dem anderen Server. Und die haben da so ein, so ein, so ein, so ein Tunnel sozusagen, wo von etwas weiter weg ist, also so ein Tunnel aus Metall, zur Höhle hingebaut, und wo so eine Quetzel, äh, Landefläche war, dass sie sich auf diese Fläche setzen konnten, da ohne weiteres mit dem Wolf oder sonst was in diese Höhle gehen konnten und sich die Artefakte holen können. Ja, es ist auf dem Server trotzdem verboten. Es steht in den Serveringern, es darf keine Dungeon-Höhle zugebaut werden. Und ob es so offizieller, was man auf dem Offiziellen macht, das hat mit dem Privaten nichts zu tun. Ich sag mal so, wenn ihr, die Höhle an sich sollte nicht zugebaut werden. Ja, trotzdem danke. Ähm, ich werde für uns, für dich, als Admin was machen. Ich habe ja auch noch einen Server, mit 50 Slots. Oh mein Gott. Ich werde aus dem Server ein Survival of the Fittas Event-Server machen. Oh mein Gott. Und weiter? Ich werde aus dem Server ein Survival of the Fittas Event-Server machen. Event-Server? Ja. Survival of the Fittas Event-Server. Du kannst den Server auch komplett deleten und alles, was du da reingesteckt hast, uns denaten. Passt auf. Ja, klar. Ich kann es auch sein lassen. Oh. Ey, dann erstelle ich auch einen Server. Äh, Bauwettbewerbe. Server erstellen ist kein Problem, wir können ja Server fahren ohne Ende die Länge halten nur ein bisschen. Egal. Wie sag ich immer so schön, wenn es leckt, setz dich auf den Rechner. Was? Wenn es leckt, dann setz dich auf den Rechner. Äh, ja. Warum sitzt die Frau auf dem Hals? Don't know. Ich hab mal ne Frage an dich, Jan. Moment, ich will's ja erst mal... Was zum Teufel? Erst muss er den Witz zu Ende erzählen. Lass sie zu Ende reden. Nein, Mann. Was zum Teufel piept eigentlich immer bei dir? Die Frau auf dem Hals kann. Sag ich dir gleich, warte mal. Leider, was war das denn jetzt? Dieses... Egal. Also, was bei mir so piept. Äh, ich fahre einen etwas älteren MRN momentan. Und da ist, äh, der hat die Gurt-Sensoren im Sitz. Die kennst du ja bestimmt vom PKWs. Und sowas hat der hier auch. Und der im, äh, Beifahrersitz, der ist defekt. Deswegen sagt er mir die ganze Zeit, dass, äh, Beifahrer nicht angeschaltet sind. Und deswegen gibt es auch. Oh, wie hältst du das aus? Spielst du im Auto, oder was? Ne, ich spiel gar nicht. Der ist ein Handy im CS. Ach so, ach du bist... Loil. Ach du fährst grad Auto und bist mit dem Handy im TS, oder was? Ja, genau. Ja, ist grad auf der Arbeit. Loil. Wie geil ist das denn? Ich bin auf der Arbeit und bin im TS. Einfach mal hier können wir fahren so. Piep, piep, piep. Loil. Lass mal zuhören, wie sich, äh, 480 PS anhören, wenn man, wenn ich mal richtig Gas gebe. Ich bin. Ich bin. Ich bin.